In diesem Video geht es darum, ob Ethereum bald als Wertpapier eingestuft wird und ich möchte in diesem Video erklären, warum die Kryptobranche eben kein Interesse daran hat, dass Kryptowährungen als Wertpapier betrachtet werden und was das für die Branche bedeuten würde. Außerdem werde ich die Konsequenzen besprechen, wenn eine Kryptowährung als Wertpapier eingestuft wird und welche Auswirkungen das auf Ethereum haben könnte. Der Anlass dafür ist die Entscheidung der New Yorker Staatsanwaltschaft, wie du hier auch schon sehen kannst, die es auf die Kryptobranche abgesehen hat und Ethereum als Wertpapier einstufen möchte. Ich wünsche dir mit diesen Informationen ganz viel Erfolg. Letizia James. Dieser Name wird dir wahrscheinlich nicht viel sagen, aber es ist niemand anderes als eine der mächtigsten Personen in den Vereinigten Staaten. Es ist nämlich die Generalstaatsanwältin von New York. Und aus dieser Position der Macht heraus hat diese Frau eine Klage gegen Kukon eingereicht, weil die Börse es versäumt hat, sich als Broker für Wertpapiere und Waren registrieren zu lassen. Auch wenn es sich hierbei um ein übliches Vorgehen gegen Kryptobörsen handelt, ist die Klage doch der allererste Angriff auf die Ethereum-Blockchain. Ein Angriff, der den Untergang aller Staking-Blockchains bedeuten könnte. Aber lass mich mal von Anfang an beginnen, damit du es einfach besser nachvollziehen kannst. Wie du ja weißt, ist eine der am meisten verehrten Eigenschaften der Blockchain natürlich die hohe Sicherheit und Integrität, die der Ledger aufgrund seines dezentralen Charakters und seines gemeinsamen Zustandes für die darin gespeicherten Daten garantiert. Für den Leyen bedeutet das, dass Daten, die einmal in der Blockchain registriert sind, von niemandem mehr verändert werden können, außer vom Besitzer des privaten Schlüssels, der dann natürlich die Änderung der Daten ermöglicht. Seit Jahren schon gehen Kryptoprojekte, die eben Kryptowährungen ausgeben, davon aus, dass ihre Token eine Währung sind oder im schlimmsten Fall eine Ware ist. Der Grund dafür ist einfach, denn die Alternative, die ist nicht wirklich gut. Es wäre folglich ein Wertpapier. Ein Wertpapier, falls du das nicht weißt, das ist ein Finanzinstrument, das einen Anspruch auf einen Vermögenswert darstellt, wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Optionen. Mit anderen Worten, es ist eine Möglichkeit für Investoren, ihr Geld zu investieren und potenziell eine Rendite zu erzielen. Und daraus ergibt sich, so die allererste Schlussfolgerung, wenn dein Token als Wertpapier betrachtet wird, wirst du automatisch keine Währung. Jetzt könnten natürlich einige argumentieren, dass die Anlage deines Vermögens in Fiat-Währung nur eine andere Form der Investition ist. Aber ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass die Investition in einen von vornherein inflationären Vermögenswert eher eine Frage der Liquidität oder der Investitionsunwissenheit ist und nicht eine Entscheidung mit der Erwartung zukünftiger Erträge. Kryptowährungen, die also keine Währung sind, das muss man erstmal verdauen. Das ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht der Kryptobranche, wie ich finde. Und wenn du jetzt denkst, dass das so die einzigen Konsequenzen sind, habe ich leider schlechte Nachrichten für dich. Wenn eine Kryptowährung nämlich als Wertpapier eingestuft wird, bedeutet das, dass sie den Vorschriften des Wertpapierrechts unterliegt. Und leider hat das erschreckende Folgen. Unternehmen, die nämlich Kryptowährungen ausgeben, müssen unter Umständen aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen, zum Beispiel sich bei den Wertpapieraufsichtsbehörden registrieren lassen, regelmäßige Finanzberichte vorlegen und auch sicherstellen, dass ihre Angebote nur um berechtigte Investoren vermarktet werden. Die Wertpapieraufsichtsbehörden könnten aber auch von den Unternehmen verlangen, dass sie den Anlegern mehr Informationen über ihre Geschäfte, Finanzen und Risiken zur Verfügung stellen, was dann natürlich die Transparenz erhöht und auch den Anlegern hilft, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Allein diese paar Punkte schon schreien nach Zentralisierung, wie ich finde. Und das bringt Ethereum in eine wirklich schlechte Lage. Aber wie genau rechtfertigt denn die Generalstaatsanwältin die Einstufung von Ethereum als Wertpapier? Ich möchte ehrlich mit ihr sein, für mich hat sie nicht einmal ganz Unrecht. Sie hat in ihrem Antrag nämlich deutlich gemacht, dass sie Ethereum vor allem aus drei Gründen als Wertpapier betrachtet. Der erste Grund, den sie anführt, ist, dass Ethereum im Jahr 2014 einen ICO lanciert hat, da das Projektteam um Vitalik und eben den anderen Teammitgliedern eine Finanzierung für das Projekt benötigte. Sie beschreibt dann, dass die Ethereum Foundation, die damals noch eine kleine Anzahl von Entwicklern war, die Position in Ethereum halten und vom Wachstum des Netzwerks und der damit verbundenen Wertsteigerung von Ethereum profitieren. Und damit wird der erste Punkt noch einmal verdoppelt, wie ich finde. Denn sie haben nicht nur Gelder eingeworben und dabei einen wichtigen Anteil behalten, sondern behaupten auch, dass sie bis heute einen erheblichen Einfluss darauf haben, in welche Richtung sich die Ethereum Blockchain entwickelt. Und drittens, und das ist so wahrscheinlich der erschreckendste von allem, betrachtet sie The Merge, den Übergang also von Ethereum von einer Proof-of-Work zu einer Proof-of-Stack-Blockchain, implizit als den wichtigsten Wendepunkt, um Ethereum als Wertpapier zu betrachten. Und wenn man an der Stelle bedenkt, dass die meisten Blockchains heute Proof-of-Stack-Blockchains sind, kann diese Aussage leicht als Warnung interpretiert werden, dass alle Proof-of-Stack-Kryptowährungen in naher Zukunft als Wertpapiere betrachtet werden könnten. Und das wäre das absolute Chaos. Aber warum denn überhaupt so eine aggressive Haltung gegenüber Proof-of-Stack? Du musst an der Stelle verstehen, während Proof-of-Work-Blockchains durch ein mathematisches Ratespiel quasi entscheiden, welcher Knotenpunkt den nächsten Transaktionsblock einleitet und dafür eine Belohnung erhält, entscheidet Proof-of-Stack den nächsten Knotenpunkt durch eine Zufallsauswahl, bei der die Knotenpunkte ihre Tokens staken, um eben eine höhere Chance zu haben, ausgewählt zu werden. Für die Staatsanwaltschaft ist dieser einzige Unterschied von grundlegender Bedeutung, wenn sie behaupten, dass allein das Konzept des Stakens einen Anreiz für den Besitz und das Staken des Kryptotokens in der Erwartung zukünftige Gewinne darstellt. Und mit diesen Argumenten behauptet die Staatsanwaltschaft, dass es hier in den Howey-Test besteht, also das Verfahren, das in den USA verwendet wird, um zu definieren, was ein Wertpapier ist. Aber was ist denn dieser Test und warum ist er so wichtig? Der jahrzehntealte Howey-Test, der besteht aus drei Kriterien, mal so für dich zusammengefasst. Die erste Voraussetzung ist, dass die Investition einen Austausch von Geld oder etwas Wertvollem beinhaltet. Die zweite Voraussetzung ist, dass die Investition in der Erwartung eines Gewinns getätigt wird. Und die dritte Voraussetzung ist, dass die Investition in ein gemeinsames Unternehmen getätigt wird. Also der erste Punkt, der ist klar. Der Kauf von Ethereum erfordert eben eine Investition von Geld oder einem wertvollen Vermögenswert. Beim zweiten Kriterium zielt die New Yorker Staatsanwaltschaft eben auf das Konzept des Stakings ab, was sie argumentiert, dass das Staking allein einen Anreiz bietet, Ethereum-Coins mit dem einzigen Ziel zu kaufen, eben diese zu staken, um passiv Zinsen zu verdienen. In Bezug auf den dritten und sicherlich umstrittensten Punkt argumentiert sie, dass die Mitglieder der Ethereum-Foundation beträchtliche Macht über das Netzwerk haben und ein klares Interesse daran haben, die Blockchain in eine Richtung zu lenken, die sie begünstigt, da sie angeblich beträchtliche Mengen an Ethereum besitzen und somit ein klares Interesse daran haben, den Wert des Coins zu steigern. Und das ist so das eigentliche Problem. Wenn Ethereum wirklich das dritte Kriterium erfüllt, dann ist Ethereum eindeutig zentralisiert. Und man kann es nicht anders sagen, Zentralisierung bedeutet den Tod. Wenn Ethereum als Wertpapier betrachtet wird, wird sie in den Augen der Welt automatisch zu einem zentralisierten Vermögenswert. Ob sie nun wirklich zentralisiert ist oder nicht, die Macht und Kontrolle, die der Ethereum-Foundation in der Klage zugeschrieben wird, ist wahrscheinlich auch ziemlich übertrieben, spielt aber eigentlich keine Rolle, denn die Auswirkungen, die allein diese Einstufung auf den Coin und die gesamte Branche hätte, sind meiner Meinung nach verheerend. Wie ich schon oft gesagt habe, macht jeder Hinweis darauf, dass ein Krypto-Projekt zentralisiert ist, ist automatisch völlig wertlos. Denn das Konzept von Blockchains ist untrennbar mit dem Konzept der Dezentralisierung verbunden. Ohne Dezentralisierung sind hohe Sicherheit und Integrität der Daten nicht mehr gegeben, da sich der Ledger auf seine dezentrale Natur verlässt, um die hohen Sicherheitsschwellen zu garantieren, die er eben zu haben vorgibt. Kurz gesagt, öffentliche Ledger bieten in diesem Szenario absolut keinen Grund, verwendet zu werden. Die Frage ist jedoch, wenn Ethereum als Wertpapier betrachtet wird, gibt es dann die Möglichkeit, dass sie irgendwann aufhört, ein Wertpapier zu sein und eine Ware oder sogar ein Tauschmittel wird? Also ich persönlich halte das Konzept, du hast ein ICO gemacht, also bist du ein Wertpapier für ein eher schwaches Argument. Daher werden die US-Behörden wahrscheinlich die angebliche Macht der Ethereum Foundation, die Entscheidung des Projektes zu lenken, als Hauptargument anführen, um eben Ethereum als Wertpapier zu betrachten. In diesem Szenario muss sich die Ethereum Foundation darauf konzentrieren, solche Behauptungen zu untergraben und hat dabei auch einige Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten sie ihre Ethereum verbrennen, die eben unbrauchbar machen, um den wirtschaftlichen Anreiz zu beseitigen. Dann noch einen Nachweis liefern, also einen Nachweis einer kontinuierlichen Erfolgsbilanz von Protokollverbesserungen, die nicht von ihnen vorangetrieben wurden. Und das ist meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Und dann könnten die auch noch Vitaliks Einfluss auf die Richtung des Projektes reduzieren. All diese drei Punkte könnten sich jedoch sehr negativ auf die Aussichten des Projektes auswirken, sodass die Entscheidung nicht wirklich leicht fallen wird. Eines ist jedoch sicher, es gibt keine Möglichkeit, wie ich finde, die Tatsache, dass Ethereum bald als Wertpapier betrachtet werden könnte, in ein gutes Licht zu rücken. Und der Welt zu sagen, dass das, was einst als dezentral galt, in Wirklichkeit nicht dezentral war. Und wenn dieser Präzedenzfall auf den Rest der Proof-of-Stack-Blockchains in der Branche übergreift, ist es das totale Armageddon. Ich möchte dir an der Stelle natürlich keine Angst machen. Ich möchte nur das zusammenfassen, was derzeit einfach die Lage ist. Wir wissen einfach nicht, wie es dann in Zukunft aussehen wird und ob sich dieses Blatt noch wendet. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dir es versuchen, so genau wie möglich zu erklären und zu beschreiben. Und wenn dir sowas gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und lass mir auch gerne ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist. Ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Ich würde mich freuen. Mach's gut.